Es ist etwas, was keinem Heerführer des erhabenen Osmanischen Reichs je gelungen ist. Den goldenen Apfel holen, wie in Leila. Dann dringe ich mit meinem Heer bis rum vor. Wie viel Mann schätzt ihr? Ich fürchte, nicht weniger als unter 100.000. Nein, nicht zu mir! Sollt ihr beten, sondern zum Herrn! Werdet ihr kämpfen müssen! Sehr bald wird die Fahne mit dem Halbmond für alle Ewigkeit auf der Spitze dieses Turmes wehen. Ihr werdet andere Menschen töten müssen! Meine Gewehrsmänner sagen mir, dass ich dich mehr fürchten muss, als die Kommandeure von Leopold von Habsburg. Ich möchte deine arme Seele retten. Apfel! Aurel, Aurel! 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 Baraun! Aurel! Notch! Wir sind unsere Backgeschichte. Aurel! Untertitelung des ZDF, 2020